Seien sie sensibel für den Heiligen Geist und empfangen sie ihren Segen, Gott wies die Israeliten an, eine seltene Taktik anzuwenden, um die Stadt Jericho zu besiegen, Gott wies die Israeliten an, eine seltene Taktik anzuwenden, um die Stadt Jericho zu besiegen. Sie müssen sechs Tage lang schweigend um die Festungsmahn der Stadt marschieren und während ihres letzten Marsches am siebten Tag unter großem Jubel Trompeten blasen. Gott sprach zu Joshua, dem Führer.